Im Bezirk Sierra de las Nieves, durchgehend weiße Ortschaft mit viel Wasser. Letzte moriskische Bastion der Provinz. Die Kirche Iglesia de Santiago, Heimat der Jungfrau Virgen del Rosario, ist wegen ihres Chors und ihrer Kapelle bekannt. Attraktiver und labyrinthischer Straßenverlauf am Hang und alte Villen mit weiß getünchten Fassaden, Nischen für die heiligen Bilder und reich verzierten Schlosserarbeiten. Herrlicher Rundgang zwischen weiß getünchten Häusern und Aussichtspunkte, die spektakuläre Ausblicke auf die Sierra bieten. Mit komfortablen Unterkünften für den Besucher. Und gepflegten Lokalen, in denen die einheimische Küche probiert werden kann. Casa Rabonela, schönes Postkartenmotiv im Gebirge.